So, auf geht's in die zweite Runde. Vantage und Strick halt immer mitnehmen. Das ist halt super geil, dass man sich hier gleich wieder verarzen kann. Und passen. Zurück. Sind wir hier schon lang gegangen? Pass auf. Ich muss hier Vantage nehmen. Ja, ich meine, es weiß ich nicht, ob es... Wohl, jetzt dann? Sind wir hier schon lang gegangen? Äh, nein. Wollen wir davon nicht. Komm, 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 komm mal ein Stück zurück, bitte. Dass wir halt alle auch die Ecke tippeln können, nicht, weil wir zwei davon allein sind. Ich steck fest. Oh, das hat... Das hat beides... Das ist super genau. Das ist super genau. Ah, ich sehe nicht. Die Sägele. Die Sägele. Die Sägele. Du bist so viel an. das würde ich mir doch fallen aber kein stein für dafür nehmen dass wir uns mit jungs looten gerade das ist ziemlich doof weil ich habe keinen bock dass der loot verschwindet stein hat das stürmer lieber okay da müssen die bürge etwas dran gleich okay das mache ich dann mal also man merkt schon wie schwierig das ist wenn halt mehrere in dem gang stehen das ist halt so schwer was zu machen ich habe nur noch wenige acht stück aber ich halte mich jetzt auch ein bisschen aus den gröbsten kämpfen raus monster wie sieht es mit ihr alles gut alles gut kann ich nicht einfach den grünen kristall lutschen dann ist kryptonit ne du verreckst ja ich bin aber nicht super so bogen schützen in der kiste war noch ein paar pfeile so wir haben jetzt ja mehrere trinken wasser jetzt voll zum glück spam die feile zieht nicht ganz durch bringt nichts jetzt eine hp machen wir nicht mit bandage und mit trinken und essen das geht doch viel schneller es gibt halt zwei hp wenn kein blut spritzt dann macht auch keinen faden spritzt aber blut beim ja ja wir sehen es sowieso generell ein bisschen buggy ist aber ein bekannter buggy das leckt bei mir auch unheimlich langsam respawn die bestimmt gleich noch ein viel zu schnell da kommen dann guck ich mal ob ich jetzt welche ziehen kann das weg was hält der aus kommt da nur einer ist doch super das wegschmeißen also einen roten pilz kann ich nicht brauchen war da mit drei stück Ja, easy, guck mal! Da ist ein Pfeil drin, ne? In der Kiste. Aber nur einer. Es ist halt noch schade, dass die Angler-Volver nicht durchgehen, wie wirklich die Spieche voll in die Eck-Pelixer. Ah! 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 Während des Kampfes looten, das sind die richtigen. Ja, das hab ich auch gerade gedacht. Der Gear. Denkt an den Silber erst am Boden. In der Kiste war nur ein Helm drin, ne? Ach, dann wissen wir, wer gelootet hat. Ich seh immer nur Steine. Äh, nein. Das war ich. Wie jetzt hier. Guck, 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 sie war das. Aber weiter lang geht's nicht mehr, ne? Jetzt waren wir überall quasi. Da geht's noch irgendwo hoch, wo wir da hinten noch waren. What? Nein, nein, ging's nicht. Da war Ende. Da war Ende. Lass mich mal durchrushen. Ja, lass die mal bitte. Schilde hoch und raus. Der Junge macht's ja. Wenn ich sage, es geht hier hoch, dann kann's eh jetzt hier hoch. Ah! Loll. Ja, äh, komm zurück bitte. Wir müssen die Agro reset, ansonsten stellen wir hier alle gleich. Äh, äh. Ähm, hier unten ist gar nix. Hier oben ist gar nix. Ja, gehen wir wieder zurück, 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 zurück. Deck hier. Lass mich durch! So, ich pack schon mal das hier bei den Furnace. Zack. Acht. Wow, das dauert aber lange. Holy shit. Meins ist tot. Er ist ja gestorben. Ich. Bin auch tot. Kacktun. Äh, Leute. Lasst ihr mich hier jetzt alleine, oder wie? Hä, wir haben doch gesagt, wir gehen in Gagro zu Risetten. Ich bin halt durch. Ja, aber manche Leute kommen hier nicht, kommen hier nicht so leicht. Ich stelle durch, hier, ne? So, ich hab jetzt 5 Minuten. 5 Minuten hol ich mal eins. Ja, die Risetten, langsam. Das ist das ein Furnace. Das ist der Boss. Das ist der Boss quasi. Wo, wo kämpft denn hier noch jemand? Ist der über uns? Nein, ich bin ganz weit hinten. Ich hab nur die Akku resettet. Kommt mal raus. Alles gut, Jungs. Alles gut. Alles gut. Solange ihr uns nicht angreift, greifen wir euch nicht an. Okay, Leute. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz reinschauen. Ähm, ich muss leider wieder weg. Kann mir... Ähm, ich brauch mal ein Zeug wieder. Ich muss noch mal rein. Könntet ihr bitte kurz aufhören, in Game zu sprechen? Hello. Es ist bei mir drin, er ist es für ich... Ja, ich hab's aufhören, wie deine Sorge. Ja, ich hab's aufhören, wie deine Sorge. Please, please, let me see, uh, your name. Nick Kingo. Achso, ihr seid also deutsch. Hi. Könnt ihr in Game reden? Das ist die Feststelltaste auf eurer Tastatur. Damit könnt ihr zu uns reden. Hallo. Hi. Hallo. Was los? Was treibt euch hierher? Okay, ich muss jetzt trotzdem abhauen. Ciao, Leute. Ciao, Monster. Ciao. Tschö. Also, ich würde euch raten, nicht alleine reinzugehen. Oder nicht zu zweit. Äh, zu zweit schafft ihr es nicht. Aber warum, was ist das denn? Ah, es sind so ein paar Ghule, die euch gerne liebhaben möchten. Ist doch wie die Wehrwölfe in der Stadt da vorne. Ja. Stärker. Stärker und schlimmer. Und zuhauf. Das ist mir gespaßig. Ah, nicht ganz, aber ja. Ja, er läuft rein. Ich will nur zusehen. Ich mach dir nichts. Wie sie erstirbt. Ich brauche noch mein Zeug wieder. Ja, ich glaube, er ist drauf geschissen. Kriegst du zuhause ein neues. Oh. Irgendwann. Muss ich hier erstmal der Truhe bedienen, dass du wenn du es was an hast. Ich hab glaube ich aufgesammelt. Oh, er ist einfach aufgesammelt. Danke. Das ist so eine blaue Rüstung unter anderem. Wer hat es denn aufgesammelt von uns? Der andere hat es dir aufgesammelt. Der hat nur eine Fackel aufgesammelt angeblich. Ne, ne. Das ist das Zeug von... Ich hab es doch gesehen. Ich war doch hier. 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 Pass auf. Die müssen eigentlich gleich respawnen. Wir müssen auch gleich nochmal rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig ein bisschen clearen. Haben wir nichts gegen. Wo sind denn die ganzen Silberbarren hin? Ich habe sie eingepackt. Das krasse ist ja, dass das Erz übelst viel liegt, aber das Gebrannte im Endeffekt gar nichts mehr. Achso, muss ich nicht. Da in der Höhle. Oder in den Gegner droppen wir es. Dankeschön. Aber da sind halt, da sind halt unter anderem halt auch Bossviecher bei und die haben es halt echt übel zu sich. Ja, wenn man in der Gruppe spielt, dann sieht man das. Da trennt sich die Spreu vom Weizen hier. Die, die als erstes durchrennen und looten? Oder die, die kämpfen? Ja. Du bist jetzt keinmal gestorben. Nick, wo habt ihr euch breitgemacht? Hier in der Gegend oder eher weiter weg? Ähm, weiter südlich. Okay. Weil wir sind immer noch so ein bisschen überlegen, wo der Drache sein könnte eventuell. Aber wir sind irgendwie noch nicht drauf gekommen. Warte ich schon auf der Insel im Nordwesten? Ja ja, die Insel haben schon abgeklappert, ja. Warte ich jetzt? Ja, du redest jetzt, ja. Man kann es hören. Ah, geil. Perfekt. Seid ihr zu zweit oder habt ihr noch mehr Leute? Oh lol. Ach, ich momentan zu zweit, aber einer macht ab und zu mal mit. Also quasi drei. Der Ghoul ist ja gerade durch den Boden gebackt, Alter. Wir haben ja fast ins Heft geschissen, ey. Wenn ihr eine größere Gruppe sucht, wir suchen immer Leute. Solange ihr über 18 seid. Sind noch 19, tut mir leid. Die breektuja. Ach, wollte ich nicht mehr rein. Ach, er will nackt reingehen. Okay. Wo bist du? wäre ich ich bin oben auf dem berg also ich gucke hier runter ich stehe rechts von dir ja ja du guckst auf uns herab ich weiß schon nackter mann mit den knüppel ich hoffe mal dass wir eskaliert hier so ein bisschen aber ich denke nicht wir sind ja eigentlich nicht so krass auf krawall aus sind doch gleich zurückgewichen aber ich wollte eigentlich nur wissen wie sie heißen ja sind wir bereit wollen wir weiter rein ja das problem ist die sind nur noch zu viert ne weißt du nicht ob das zum wort nicht mehr viel was wir machen müssen doch dieser einen weg diesen einen weg da haben wir alles durch ja von mir aus gerne klar immer ingrim ich bin dabei riker jo und mr leon jo jo ja dann gehen wir mal los oder ja okay die sind schon respawned obacht hab ich ja gesagt ja die mögen mich ich habe freunde sie sieht genauso aus wie die letzte sie ist auch so wild aber bei dir bleibt es immer noch trocken wie es aussieht ich habe hier das gehört nachdem ich die 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 Nicht rumstehen, gucken, mithelfen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich halte den großen Agro, ihr müsst euch um die Kleinen kommen. Mein Schild ist kaputt. Nee, hä? Oh, 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 was macht ihr hier? Ey, Leute. Ja? Okay, ich hab immer Spawn Protection, ich kann nix machen. Okay. Ist der jetzt grad gestorben? Hinter uns? Äh, Leute, wir waren jetzt alle tot, oder die waren alle tot, aber alle waren hinter mir, ja. Nein, wir waren nicht alle tot. Raus hier, raus hier, es sind zu viele. Hier. Stirb doch nicht. Wo ist hier mein Loot? Wo ist mein... Wo ist mein... ja morgen arbeiten viel spaß euch spaß scheiß schild ist der brauche meins aber auch wir haben keins mehr glaube ich oh no what the fuck ging ging nicht noch ein paar mehr alter wie lang geht die neuer aber mit der weg vom zelt jetzt sagen dass die scheiß fischer endlich gehen hört auf euren luther auszuholen es geht nicht das ist erst mal die agro resetten ich habe eine hose für dich weil du eine brauchst jetzt noch einer hier sehr schön da ist noch einer du da oben nacki die brosenhose dann lasst ihr mich töten lasst ihr mich töten warum denn lasst ihr mich töten und dann habe ich fünf minuten spawner das ist so Da kann ich mal Loot suchen. Da kann ich mal eine Rüstung suchen. Ich glaub der geht immer richtig im Holz kann das sein. Da wohnt er nicht mehr davon ist. Rack hat keine Hose. Da gibt es keine Bäume und kein Holz. Oh doch das kann es ganz ganz lang sein. Was denn? Hier liegt eine Hose für dich. Ich brauche Hilfe. Ne ich habe jetzt meins gefunden. Ah du Scheiße. Renn weg, renn weg, renn weg. Lass sie resetten. Einer kommt zurück. WTF Leute lasst sie doch endlich mal resetten. Scheiß auf euren Loot erstmal. Man hat nur meine Aussprache gesucht man. Der geht, der geht, der geht. Geh, zerpiss dich du blödes Vieh. Wer hat meine verzauberte Axt genutzt? Du selber hast sie benutzt die ganze Zeit, oder? Nein. Doch, hast sie. Was? Doch, du hast sie gehabt. Die ganze Zeit hast du die Axt gehabt. Nein, ich habe die gewechselt. Ja, du hast sie aber eine ganze Weile davor benutzt. Wie gesagt, der Splitter nutzt sich ab, wenn du sie benutzt. Ich habe sie gar nicht benutzt. Ich habe sie da eingelagert. Ja, aber du hattest sie trotzdem in der Hand gehabt eine ganze Weile. Und hast damit gekämpft. Hä, wie? Okay. Ja, ich bin schon gewundert, warum du die jetzt dafür benutzt. Ähm, der Boss kommt raus. Oder die Mutter. Ja, du, ich will, du hast sie benutzt. Ich will, du hast sie benutzt. What? Ich habe die Axt da reingemacht. Ja, ich habe sie nicht. Ich habe immer noch meine unverzauberte, die ich immer noch hatte die ganze Zeit. Ach ja, jetzt. Oh, das ist so ein Kunde, ne? Keine Ahnung, oder? Das nervt mich manchmal einfach nur. Wollen wir uns mal reparieren von dem Scheißdingen. Sehe ich das hier irgendwo? Ja. Nein, man sitzt nicht. Stahl. Ah, das wird auch Holz wahrscheinlich sein. Gucken wir mal, ob wir Holz finden. Gucken wir mal, ob ich irgendwo Holz finde. Das ist so ein Typ, ne? Okay, ich wäre wieder so weit. Keine Ahnung. Ja, ich schwöre, der ist echt merkwürdiger Typ, oder? Oder sie davon halten sollen. Ich kämpfe die ganze Zeit mit dem Eck. Man sieht sie ja im ersten Video, wie er sie vernetzt hat, glaube ich. Da sieht man das ganz gut. Und jetzt will er mich beschuldigen, dass ich die genutzt habe. Oh Mann, das ist so kindisch. Ne, entsteht ein Neck ist immer noch ziemlich hart. Und da hat sich leider nichts daran geändert, derzeit. Na, ich muss schnell ein, zwei Bäume finden, aber ich glaube hier sind gar keine in der Nähe. Oder doch, da vorne ist einer. Den holen wir uns jetzt mit dem Baum. Ne, scheiße. Hier reparieren können. Hier holen wir noch ein Spielerhaus. Die beiden, die jetzt gerade noch hier waren, waren echt merkwürdig, oder? Ich glaube, die wollten uns so ein bisschen Loot absnecken. Kein Platz, kein Platz, kein Platz, kein Platz. So, Baum durch. Jetzt kann ich die Laffe einstecken, weil wir wissen, die werden die Wachen mittlerweile ziemlich fuchtig. Vorher sind sie auch angekommen, aber die Wachen haben keinen Schaden gemacht. Zum Beispiel der Jarl Erik. Den haben wir so oft rumgehauen, um denen sein Schwert zu bieten. Aber die Wachen haben meistens eher bedingungslos und kapitulierend daneben gestanden und zugeschaut, was sie da gemacht haben. Was sie mit ihrem Jarl getan haben. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's. Das waren so ein bisschen die Einblicke vom ersten Dungeon, den wir hier jetzt persönlich gefunden haben. Und ja, vielen Dank für das Zugucken und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.